Ein ganz herzliches Willkommen bei BlackBerry Gaming with you Dynastie am Start, mit dabei in unserem Co-Projekt der Junior. Hallo und der Bidl. Hallo. So, wie jeden ersten Tag außer dem Winter bin ich am Ernten. Und beim Filz sieht man vielleicht noch die Kirschen hängen am Bau. Gibt's sehr geil aus. Also ich mein, allein schon wenn der Baum anfängt mit Blühen. Warum sind alle Tiere draußen? Ist ja der Wahnsinn. Ich bin ausgebracht. Jetzt versperren die Tiere hier den Weg und die Leute kommen nicht zur Arbeit oder was? Ich sag mal, diese Arbeit muss rein gehen. Das ist auch noch meine Frau. Ja. Guck mal, die hängt hier zwischen... Die andere hängt zwischen dem Ding. Ah ja, jetzt. Oh. Lager. Warum machen wir eigentlich Tore, wenn die Dinger eh nicht funktionieren, wenn die Tiere rauslaufen aus der Tor? Unglaublich. Alle draußen. Das ist echt ein bisschen blöd. Oder bräuchten halt andere Tore. Du machst Palisaden, Phil. Ja, ja. So, jetzt schnapp ich mir erstmal noch... Ähm. Dann geh ich in die Scheune und mach Tonbewurf und dann werde ich noch versuchen fertig zu dämmen. Ähm. Wo machen wir Holzschüsseln hin? Da sieht man dann Achim anlässt absenzen hier. Die Gewalt. Pure Gewalt. Ja. Was machen wir? Wohin? Holzschalen ins Materiallager. Ich kann grad grad so durchlaufen mit der Sense, das macht richtig Fun. Wenn die Sense nicht kaputt geht. Nein, keine Sense mehr. Ja. Was? Lag auch nicht. Och, er war nicht dabei. Ach so. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ihr Holzhämmer. Alter, fünf Leute in der Scheune, weißt du? Oh, Fünf. Da, 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 da. Oh. Soll ich eigentlich wieder Dünger machen? Oh, kaputt. Oder brauchen wir das nicht? Ne, brauchen wir nicht mehr. So viele. Oh. Ich habe hier Käse mit 3,8% und 6%. Soll ich den jetzt einfach noch schleppen? Ja, ja. Schnecken weg. Und Zwiebel mit 27. Kann ich noch essen? Ist halt weg, wenn du eine Zwiebel fressen kannst. Ja, doch. Zwiebeln pur ist das beste Film. Weißt du doch. Ja. Lieber mit Schale auf dem Holzkrölle. Das ist geil. Oh. 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 geht alles kaputt oder eine feldschub mich beschädigt ja eben genau die ja eben ich geht es gerade durch weil wenn es stelle auch gerade dran so jetzt holen wir hier mal das verdorbene raus und dann ein pferd mein pferd ist überlastet mein gott pferd was bist du für eine pflaume 100 kilo an bord überlastet die da sind alle verputzt dann verputzt man jetzt hier der stahl feldschuppen können wir verputzen jetzt noch feldschuppen 2 der einen hier bei der scheune der kaputt ist unter anderem in der stadt drin ich meinte feldschuppen 2 ich schaue lieber noch mal kuhstall bienenstock gibt es nicht nahrungsmittel lager und scheune ja aber ja gut aber die verputzen wir nicht weil da kommen wir noch zu drei jahre drüber genauer also jetzt zwei minuten lang weizen klopfen manchmal ein teil die weizen felder neue habe ich jetzt angelegt für die werden auch gerade und bearbeitet und alles andere repariert eure kinder freunden sich gerade an alter was habt ihr für kinder der henrik ein gewinnung zwei jagen bei landwirtschaft diplomatien hier überleben die kriegen ja quasi die gene von den eltern schon ab das ist dann wie viel wie viel fertigkeitspunkt er mag aussehen wie ein idiot er mag reden wie ein idiot aber lass dich davon nicht täuschen er ist ein idiot oh gott piastovia wird nachher wieder arm sein sehr gut wir haben ja noch ein paar andere dörfer zum ausschröpfen das sind jetzt da zwei langen bogen drin also jungs wenn wir zeug einsammeln und das ist zum verkaufen dann macht es draußen in die in die weidebox bitte rein brauchen wir nicht im lager rum liegen lassen ich bin mir eigentlich keiner schon gerade bewusst ich glaube ich tue mal ah nie mehr läuft boah wir haben fünf pelzstiefel hier noch gell jetzt ja ja ich bin mir aber kicken nur ein bisschen eisprutzeln oder damit ich auch ein bisschen freund nie freunds herstellung aber auch meine und was an mein das ist der Aber nicht ganz unrechtlich. Alter, da sind die zu dritt am Weizenfeld arbeiten, voll geil. Einer pflügt, der andere säht Dünger und die dritte pflügt nochmal den Dünger unter. Ist dann irgendwie geil, wenn man 80 drinnen sagt, wenn man im Dorf hat. Hast du jetzt eigentlich ein Riesenfeld gemacht oder nur... Zwei Riesenfelder. Ja, super, ja, gut. Wir werden Weizenbier-Exporteure Nummer 1 im ganzen Bau. Und wie gesagt, irgendjemand was gegen Weizenmehl. Weizenmehl ist gesund. Macht den Bauch hier rund. Was fehlt jetzt noch? Irgendwas fehlt noch. Schaufeln habe ich gerade gemacht, nämlich. Produktion, Produktion, Schmiede. Oh, man. Unentscheid-Schmiede. Oh, man. Oh, man. Oh Gott, 6 Minuten will ich jetzt am Mehl mahlen. Ich hab jetzt schon die Hälfte vom Fleisch erst, also nicht ganz. Oh Gott, 6 Minuten will ich nicht. Die sagt, Stille ist entspannt, bis du Kind das hast und die dann auf einmal zu lange still sind. Das ist das Gefährliche, was es gibt. So, wem fehlt jetzt noch irgendwas? Okay, Spiele? Keine Arbeiter. Okay. Das sind keine Arbeiter. Status? Keine Arbeiter. Wenn ich in 2,5 Minuten fertig gemahlen habe. Was machen die denn da drüben? Rechts im Bild. Gehen wir mal noch ins Lager rein. Ich bin so glücklich, ich setze hier. Ich hab schon gedacht, der hackt auf der... Oh, das war knapp. Fast werde ich reingelaufen. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Ja, was war denn jetzt noch wichtig? Alles gut, bauen haben wir gesagt, gell? Mhm. Bau ich auf der anderen Seite? Soll ich jetzt nochmal große Häuser bauen, oder? Ja... Ja, weil wir viele Familien haben, die jetzt quasi voll sind. Zur Info, ich hab jetzt dann übrigens die Hälfte des Mehls gemahlen. Ja, da wir viele Familien haben mit 3 Köpfen, könnte man da wieder große Häuser gebrauchen. Die Baumfellerin sagt gerade, der Trick ist, nicht unterm Baum zu stehen. Wenn er fällt. Ein guter Trick. Und das ist ja einer der besten Clips überhaupt, ja? Wer hätte es gedacht, ich hab ein neues Level in Produktion. Weiß sogar. Toll. Ich hab die verrückter Mehl malen, wahrscheinlich krieg ich nix. Doch, wahrscheinlich auch. Ja. Ich hab den Fleisch. Einen da. Oh, bitte komm hier irgendwo noch ein Haus hin. Oh nee, scheiße. Ähm. Da krieg ich keins mehr hin. Hier hinten noch. Ah ja. Ah, scheiße. Ich krieg kein Riesenhaus hin. Ah, scheiße. Ich krieg kein Riesenhaus hin. Malen. Super. Ah, man. Was malst denn? also ich könnte hier noch mittlere häuser hängen klatschen zwei wenn ich glück habe ansonsten kriege ich da keins mehr hin ja dann mach das jetzt geht das nicht mal mehr sehen oder was war nicht gedreht oder okay ich kann auch nicht auf ein pferd aufsteigen jetzt stimmt gerade eh ich habe neue landwirtschaft selber passiert aber jetzt hat es gesprungen okay jetzt war es wahrscheinlich bei mir ja glaube auch die synchro kacke 300 stunden mehl malen was haben wir denn ich finde es ein bisschen schade dass man seine tiere nicht streicheln kann so ich habe 44 kilo mail dabei oh wir sind jetzt der stadtmänner da kriegst du das als meldung oder es ist die merungenschaft da war es da war es da war es komm 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 gib mir das ding gib mir grün gib mir grün du saubatze wie die scheiß tier da außen rum rennt das nervt mich ein bisschen so da haben wir jetzt unsere kirschbäume die pelzstiefel kann ich verkaufen oder ja ich frage das sicherheitshalber nochmal also ich habe da welche in dem weidekorb drin ja und ich weiß aber nicht ob schon wieder welche im ding drin sind ja ich glaube sowieso dass piastovia dann keinerlei geld mehr hat wenn ich hier fertig bin ja ein pelzstiefel ist noch drin im lager ja was wollte ich jetzt noch hat den pelzstiefel zum anziehen wasser scheiße so jetzt eine mitnehmen sollen gut jetzt haben wir hier noch quests warum haben die jetzt schon wieder feierabend aber den ganzen tag ja den ganzen tag noch mit mein gott gedacht was ist denn das für ein tier jetzt schwebt da eine über den boden auf knien was machen die hier waren die abendspaziergang also ich reite erst morgen nach piastovia und schwebt schwebt jetzt sterbe ich ja ich hab gedacht ich kann nie so einen wolf besiegen aber dann hat er keine ausdauer und dann nehmen wir hinterher und dann kommt ach komm das ist nicht gut für meine jagdpunkte warum was ist nicht gut man kriegt halt mehr punkte wenn man im kampf gewinnt und halt ich denke so ein wolfsangriff sag ich jetzt mal gehört auch dazu das hat halt dann nichts gebracht ich klettern wir ich klettern wir und vom berg ein berg also bergweg oder was ja ich sehe hier keine blaupausen ach da ok direkt drei häuser anbauen ja neubaugebiet aber echt vier sogar da hinten auch noch ein bisschen energie hier da muss man mal ja verschönern ja genau steinmauer wie sieht es eigentlich damit aus wann was kostet das kümmern wir das überhaupt schon ein mäuerchen brauchen technologie aber nicht mehr viel 500 punkte circa dann sind es acht stein als also nicht so dramatisch wegelagerer gefunden hast du gekillt ich bin jetzt noch nicht jetzt so nicht angegriffen so achim wenn du hast grad zu tun oder was gibt es könntest gerne her zum meer kommen und die häuser die dinge umwandeln weischt in steinwände und der ganze käse da ich nehme ich mal die grund konstruktion für die man hier hast du schon alles das eine schon durch hat das vorderer noch und dann die hinteren ja ich brauche gerade noch mal kurz holz das war eine gute idee da hinten noch mal ein lager zu bauen die dächer bei dem einten auch schon das eine bischof formulett glaube ich fertig das ist ja noch nicht alter der war im kopf drin und Ah, das ist doch echt scheiße. Zu dem kommen wir jetzt gerade erst. Ja. Sollen wir da in Pennen gehen? Ja, lass mich das gerade schon fertig machen. Ja, ich bin gerade flogen. Ja, ich bin eben. Ich brauche ein Penn. Äh, äh. Ist das Feuer? So, was ist das Essen hier? Nein, Mann. Das mittlere Rieddach, das irgendwie komme ich da nicht gut dran wegen dem Dachboden. Ja, muss schon von außen machen. Ja, ja, hast du gerade gemerkt. Das habe ich auch schon gelernt. Das ist ein bisschen schiefig, aber ich glaube, das habe ich alle. Aber sind wir schon wieder alle im Bett? Ja, das ist ja schon wieder spaut. Haben sie alle wieder gerackert. Ah ja. Wunderbar. Ich bin jetzt mal zu meiner Frau. Mal gucken, was Sache ist. Sonst muss ich jetzt echt mal, äh, müssen wir echt mal irgendwie ein Geschenk kaufen. Das mache ich jetzt. Ich kaufe jeden von uns ein Geschenk für unsere Frauen. 78, ja. Es geht runter, also. Wie viele Geschenke haben. Ja, ja. Wagt sie noch was für ein Geschenk? Das kann ich nicht. Doch, wenn du, was dich beschäftigt oder sowas beschäftigt dich, dann sagt sie dir manchmal, was sie ihr gefällt. Ich kann schneller als der Wind laufen. Einmal bin ich so schnell gerannt, dass ich ein Stück vom Boden abgehoben bin. Und ich bin mir sicher, ich könnte so richtig fliegen. Hey, warum lachst du? Deine ist echt ein bisschen. Soll ich dir einen Witz erzählen? Was ist rund, grün und sieht aus wie ein Kohlkopf? Ein Kohlkopf. Na Gott. Mir ist langweilig. Vielleicht könnten wir zusammen irgendeine Dummheit aushecken. Wie wäre es denn, wenn wir einen Kult starten? Wie wäre es, wenn wir uns jetzt bei unseren Zuschauern bedanken? Ja. Für das fleißige und treue Mitschauen unserer Scheiße. Lasst gerne ein Abo, Like da, kommentiert. Playlisten werden eingeblendet. Guckt bei uns rein. Wir streamen normalerweise immer Freitagsabend auf Twitch und YouTube. Und ich würde sagen, damit haben wir auch unseren Rülps-Soll erfüllt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe mir gerade zurückgehalten, als du gerülpsst. Ja, du darfst dann in der nächsten Folge. Ah, ist aber lieb, danke. Ich übergebe das Rülps-Recht. Bis dahin. Tschaui. Tschüss.